Hinter Online-Shops können sich auch Betrüger verbergen, die mit gefälschten Internetverkaufsplattformen Online-Einkäufer abzocken wollen. Und trotz ständiger Berichterstattung fallen immer wieder Leute darauf rein und so gibt es diese Shops immer noch. Daher veröffentliche ich hier ein weiteres Video mit jenen Punkten, auf die du achten solltest. Vorher noch folgender Hinweis. Von der Deutschen Verbraucherzentrale gibt es einen Fick-Shop-Finder. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Wenn eine eigentlich bekannte Adresse Ungereimtheiten aufweist, kann das ein Warnzeichen sein. Dies wäre etwa eine Erweiterung der Adresse um weitere Domain-Endungen, wo eigentlich nur ein .de stehen müsste. Ein Beispiel dafür ist .de.com. Das erkennen Sie natürlich nur, wenn Sie die korrekte Adresse kennen. Auch wenn die Adresse überhaupt nicht zum Inhalt der Seite passt, sollten Sie skeptisch sein. Wenn also zum Beispiel bei einer URL zum Thema Pflanzen plötzlich Schuhe angeboten werden. Oft werden Kundinnen bis zum letzten Bestellschritt mehrere Zahlungsweisen angeboten. Doch bei der eigentlichen Bestellung wird dann nur noch Vorkasse, etwa in Form einer Überweisung, verlangt. Es sollte aber umgekehrt sein. Erst die Ware, dann das Geld. Ohne kundenfreundliche Zahlungsweise sollten Sie besser nichts bestellen. Nicht jeder besonders günstige Shop ist ein Fick-Shop und nicht jeder Fick-Shop muss zwingend extrem billig sein. Doch wenn sich in einem Shop auffallend niedrige Angebote häufen, sollten Sie zumindest genauer hinsehen. Nicht wenige Abzocker arbeiten mit dieser Lock-Methode. Fick-Shops schmücken sich gerne mit erfundenen Gütesiegeln, die aber keinerlei wirkliche Aussagekraft haben. Oder sie nutzen echte Gütesiegel wie etwa Trusted Shops, ohne dieses Zertifikat zu besitzen. Durch einen Klick auf das Siegel können Sie prüfen, ob das Siegel mit einem Zertifikat des Siegelbetreibers verlinkt ist. Denn ohne entsprechenden Link dürfte es sich um eine Fälschung handeln. Generell macht es beim Online-Shopping Sinn, sich als Kundin oder Kunde nicht nur auf Bewertungen innerhalb eines Shops zu verlassen. Sollten sich aber die Lobeshymnen häufen, kann dies ein zusätzliches Indiz für einen Fick-Shop sein, vor allem, wenn anderweitige Bewertungen stark davon abweichen und vermehrt auf betrügerische Machenschaften hinweisen. Fick-Shops können frei erfundene oder von anderen Seiten kopierte allgemeine Geschäftsbedingungen, kurz AGB, aufweisen. Das ist aber nicht immer leicht zu erkennen. Ein deutliches Erkennungszeichen für Fick-AGB ist, wenn Sie in schlechtem Deutsch aus einem Übersetzungsprogramm daherkommen. Ist das der Fall oder fehlen die AGB sogar ganz, sollten Sie lieber nichts bestellen. Ein nicht vorhandenes Impressum ist immer ein No-Go. Doch so leicht machen es einem längst nicht alle Fick-Shops. Wenn ein Impressum zu finden ist, muss es unter anderem die Adresse, einen Vertretungsberechtigten und eine E-Mail-Adresse enthalten. Außerdem, soweit vorhanden, einen Verweis auf das Handelsregister mit entsprechender Nummer. Letzteres kann im Zweifel genauer überprüft werden. Am Ende heißt es immer aufpassen und vielleicht auch mal wieder in der Stadt oder im Einkaufszentrum einkaufen. Loyal und regional Ich werde noch weitere detaillierte Videos zu diesem Thema bringen, wie etwa tiefer in die AGB reingehen und dergleichen. Hattest du auch schon schlechte Erfahrungen mit Fick-Shops, dann lass es uns gerne in den Kommentaren wissen, um andere zu warnen. Ansonsten freue ich mich, wenn du ein Abo mit Glocke und ein Like hier lässt und sage Servus bis zum nächsten Video. Ansonsten freue ich mich, wenn du ein Abo mit Glocke und 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 ein Abo mit Glocke. Ansonsten freue ich mich, wenn du ein Abo mit Glocke und ein Abo mit Glocke und ein Abo mit Glocke.